Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Games. Natürlich nicht bei einem neuen Let's Play, sondern bei einem neuen Info-Video. Ihr seht jetzt schon wieder Mario vor euch, aber ich glaube das scheint so irgendwie so einem Kult jetzt zu werden, dass ich Mario spiele, während ich euch mit Infos zuquatsche. Und zwar diesmal etwa etwas unfreudigere Nachricht. Und zwar haben wir uns von Let's Play Now jetzt komplett abgekapselt, was bestimmte Gründe hat. Allerdings jetzt nichts, was in irgendeiner Weise unsere Let's Plays beeinflussen sollte. Jetzt gerade mit mir in der Skype-Konfi auch der Schypo. Hallöchen liebe Leute. So, das hat sich nicht geändert. Schypo ist jetzt auch natürlich immer noch bei uns. Und zwar nur noch bei uns, nicht mehr bei Let's Play Now. Das war eine interne Absprache. Ja, ich hoffe es tut euch jetzt nicht allzu weh. Und ich hoffe ihr seid nicht Leute, die sagen, wir haben ihn abonniert, weil er bei Let's Play Now war und dort gut war. Und jetzt, weil der nicht mehr da ist, ja ist es vorbei. Okay, der Diabon. Das wäre echt schade. Ja, das wäre echt schade. Vor allen Dingen, also naja, okay, es ist eure Entscheidung, das muss man ganz klar sagen. Aber es wäre auf jeden Fall schade. Dazu noch gesagt, ich hoffe ihr bleibt uns weiter treu. Und jetzt in der Zeit, also jetzt, wo es jetzt ans Eingemachte sozusagen geht, wäre es echt nett von euch, wenn ihr nochmal, ihr wisst, ich fordere eigentlich echt ungern dazu auf. Wenn ihr nochmal reinhauen könntet und Let's Play Now, äh ne, fuck ey, ich muss erst mal wieder aus diesem Trott rauskommen. Mir geht's gerade überhaupt nicht. Ja, das ist wirklich, man hat jetzt immer gesagt, hier, Let's Play Now da, Let's Play Now hier, aber Let's Play Now ist für uns beide nicht mehr. Ja, aber einige weitere wissen wir nicht. Kommt auch drauf an, auf die Zukunft, aber... Naja, werden wir sehen. Auf jeden Fall, ähm, es wäre nett von euch, wenn ihr nochmal eine richtig schöne Teilaktion startet. Das heißt, eventuell nochmal den Link zu teilen, uns auf Facebook zu liken oder euren Freunden Bescheid zu sagen. Ähm, ja, ich rewinde gerade während ich spiele. Ähm, ich hatte es aber angesagt, letztes Mal. Ähm, wenn, 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 nach Möglichkeit, wenn ihr die, äh, das, das, den Link halt teilt oder eurem Freunden nochmal Bescheid sagt. Oder, was weiß ich, oder, oder Videos favoritisiert. Das hilft uns auch immer, wenn ihr die Videos favoritisiert. Wenn ihr das jetzt mal machen könntet, wäre das echt gut, um nochmal eine etwas größere Base aufzubauen, um einfach, ähm... Weiter durchstarten zu können. Weiter durchstarten zu können, genau. Das ist einfach jetzt momentan ein bisschen hart mit, mit dem Lieben von Elpeln und alles. Und das ist ein bisschen komisch aktuell, aber ich hoffe, für euch wird sich nicht viel ändern bei uns, davon bin ich überzeugt. Und ich hoffe auch ganz dolle, also ganz, ganz dolle sehr, dass ihr uns nicht böse seid, dass wir euch jetzt hinhalten müssen fürs Abo-Special. Ja, das, ähm, ist auch noch mit eine Sache, die ich sowieso als Infovideo machen wollte. Das Ganze hat einen Grund, der wird natürlich nicht verraten, weil sonst wäre es zu langweilig. Aber ihr könnt mir glauben, das Ding wird eh... Kommt dieses Jahr noch. Das kommt dieses Jahr noch, schätzungsweise so um den 31. rum. Schätzungsweise 31. ansonsten 1. Wenn wir es nicht anders schaffen, weil, ähm, man muss dazu sagen, ich habe am 30. Geburtstag. Ey, feiern! Oh! Party und so. Ähm, deswegen gucke ich aber, ich... Es ist geplant am 30. Wir werden es sehen, wir werden es sehen, Leute. Also freut euch wirklich schon mal auf dieses Special, das ist was ganz Besonderes. Es wird wirklich ein Special, das kann man sagen. Ein spezielles Spezial, was da ist, so. Ja, genau. Also freut euch schon mal drauf, ähm, fühlt euch nicht hingehalten von uns. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich hier so rumlunze und immer gesagt habe, es kommt, es kommt. Es kommt definitiv dieses Jahr noch. Ja, es kommt wirklich noch. Da kann ich sogar, äh, sagen, dass es kommt. Ne, weil, ich meine, wir wohnen doch schon auseinander und ich weiß, dass er das schafft. Ich weiß das. Ja. Ja, wir schaffen das auf jeden Fall und, ähm, ich überspringe jetzt hier mal das Castle. Ähm, also, das Abo-Special kommt auf jeden Fall. Das wird sehr special, das Abo-Special und, ähm, definitiv, nochmal dazu gesagt. Nein, es ist kein Advents-Special, es ist ein Abo-Special. Mal aus meinem letzten Infovideo den Fehler zu korrigieren. Und, ähm, ja, ähm, ja, bei Shibush läuft es jetzt auch was besser. Das haben wir jetzt heute gesehen, wie auch immer das geschehen ist. Ich weiß nicht, wie, wir wissen nicht, wie es geschehen ist, aber wir hoffen, dass es durch euch, durch, 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 durch. Aber wenigstens spiele ich im Hintergrund. Das ist, das ist doch schon mal nice. So, jetzt müsste sich das hier nach, ein, nach, nein, hat sie es nicht. Ich hasse Wamper manchmal. Jetzt müsste das Ding, warte mal, wenn es jetzt da war, müsste es jetzt hier sein. Das heißt, dann müsste das so sein und das so sein. Ha, wusste ich es doch. Jetzt ist das Teil, warte, ich muss mir, ja, das Ding, ja. Diesmal sehe ich nicht, was er tut. Nein, das sieht er diesmal nicht, weil ich hier Mario spiele und, äh, deswegen sieht er das nicht. Aber ich habe mir gerade drei Leben geholt in diesem Bonusspiel. Mampa hat mir da den, äh, Algorithmus verraten, wie sich diese Dinger verschieben. Mhm. Und man das, oh, verdammt, jetzt hatte ich das erreicht, was ich haben wollte und jetzt hat es nicht funktioniert. Na, egal. Auf jeden Fall, ähm, danke euch Leuten und definitiv jetzt nochmal gesagt, es wäre echt cool, wenn ihr nochmal so eine Teilaktion startet und halt von wegen nochmal, äh, versucht Let's Play Games zu promoten, damit wir jetzt wirklich komplett, tutti, kompletti, äh, durchstarten können. Ja, das wäre richtig, really nice. Ihr spielt jetzt hier noch das Level für euch zu Ende, der Shippo kann währenddessen ja vielleicht noch was erzählen, falls ihm noch was einfällt, aber wir müssten jetzt eigentlich soweit alles abgehackt haben. Eine Sache fällt mir gerade noch ein, während ich das hier gerade erzähle. Ähm, Minecraft kommt die neue Folge, Folge 19, wenn ich es richtig im Kopf habe, entweder morgen oder, also, also, jetzt am, 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 am 21. Am Mittler. Wir haben jetzt den 20. Ja. Wir nehmen gerade am 20. auf, wieder mal mit in der Nacht, ihr kennt das ja nicht von uns anders. So, also, also, entweder kommt die jetzt am, am, am 20. Oder am 21. So, jetzt hab ich's. Ähm, das heißt, da könnt ihr euch schon mal drauf gefasst, gefasst machen, das wird wieder lustig, denke ich. Und, äh, ja, jetzt spiele ich das nächste Level noch zu Ende, was ich gerade freigeschaltet habe und der Shippo kann, wenn er noch was will, noch was erzählen. Ja, ich überlege mal ein bisschen, also, wie Nerd schon sagte, ähm, einmal nochmal danke an alle, die hier abonnieren, die hier fleißig mitkommentieren, die hier zuschauen. Wir machen das für euch, wir machen es auch, weil es Spaß macht natürlich. Und, ja, wie gesagt, teilt es, teilt diesen Kanal mit euren Freunden, wenn ihr es so, so super geil findet, so, so von wegen, ja, ich muss darüber lachen, meine Freunde sind so fast wie ich, gibt, gibt ihnen doch mal den Kanal, sie sollen mal drauf schauen. Und, wir freuen uns echt über jeden, der sagt, wow, coole Videos. Genau. Äh, wie Nerox mehrfach auch schon in anderen Videos sagte, ähm, wenn ihr einen Daumen runtergebt, bitte auch eine Begründung abgeben, warum, damit wir wissen, was wir besser machen können für euch. Äh, ja, das war's eigentlich auch von mir, ne? Ja. Zusätzlich. Ich sag nochmal, äh, wie gesagt, favoritisieren könnt ihr eigentlich immer, das wär nett von euch. Ich mein, das ist zwar, das taucht zwar dann bei euch im Profil auf, wenn ihr die Favoriten bei euch im Kanal ausblendet, dann sieht man das auch nicht direkt, wenn ihr das nicht wollt, ähm, aber das ist wieder so eine der Sachen, dieses Favoritisieren, das hilft, weil das Video dadurch öfters gefunden wird und auch, ähm, dann bei euren YouTube-Freunden angezeigt wird, dass ihr es favoritisiert habt, so verbreitet ihr das alles nochmal ein bisschen, äh, was uns echt helfen würde aktuell. Und, äh, ja, das war's eigentlich auch komplett wirklich von diesem Infovideo, diesem strunzlangweiligen eigentlich, von diesem etwas traurig angehauchten. Ähm, aber wir sehen uns dann auf jeden Fall, also hören uns dann auch wirklich beim nächsten Minecraft-Part. Und wir machen weiter, wir werden nicht aufhören, wir, es, wenn ihr jetzt denkt, älpeln sind sie raus, jetzt machen sie nicht mehr weiter, und Quatsch. Das ist es, da habt ihr euch geschnitten. Ihr werdet uns, ihr werdet uns, auch wenn wir einfach nur die ganze Zeit scheiße labern, nicht so schnell los, Punkt. Und, richtig. Und denkt an, diesen Kanal, Abo-Wert, Fabo-Wert für die Videos, mein Kanal natürlich auch, ich würde mich auch riesig freuen, wenn ihr dort weiterhin hinkommt und sagt, hey, auch nicht schlecht, Abo. Jupp. Wir werden auch in Zukunft, das ist auch noch so eine Sache, wahrscheinlich von, ähm, mehreren Mitgliedern noch Singleplayer-Projekte kommen. In denen werde ich wahrscheinlich irgendwie ständig anwesend sein, per Ton, weil ich einfach ein total eingebildetes Arschloch bin und mir die ganze Zeit denke, das ist mein Kanal. Komme, was da wolle, auch wenn sich das jetzt so auf mehrere verschoben hat. Das Ding bleibt, ist und bleibt irgendwie mein Baby noch mit. Und, äh, das heißt, ich werde wie ein total arrogantes Arschloch wahrscheinlich in jedem einzelnen Singleplayer-Let's Play als Stimme auftauchen. Damit werdet euch abfinden müssen. Oder ihr sagt mir, nein, ich hatte euch, ich hatte dich, geh weg, dann lasse ich's sein. Ja, es ist natürlich auch, weil sie dann Neuer bei LPG.de sind, der muss ja Hilfestellung geben, Zwinker. Bei manchen ist das tatsächlich so. Ja, ich meine, man muss auch, es gibt Leute, die let's playen und irgendwann vergessen sie das Reden. Das habe ich, das erkenne ich bei mir selbst auch. Oder sie haben nichts zu reden, das passiert auch oft. Ja, oder das, genau. Dann fällt nichts mehr ein, das ist dann ganz böse. Das, ich sag schon so, das Einfachste, was man dann machen kann, ist natürlich zu sagen, ja, Leute, mir fällt gerade nichts ein. Reden, rede ich einfach mal über irgendeinen Scheiß. Man kann auch sagen, okay, schaut, da ist ein Gegner, ich metzel den jetzt nieder, aber natürlich nicht so, oh, guck mal, Gegner. Aber da wir euch jetzt nicht das Let's Playen erklären wollten. Genau. Sondern das ein Infovideo über die momentan aktiven war. Oder ist aktetelektetelektetele. Auf jeden Fall, ja, dankeschön fürs Zuschauen wieder mal, auch wenn das jetzt total nicht interessant war. Total am Thema irgendwann vorbeigeredet war, aber... Naja, das ist halt mal wieder typisch LPG, das ist halt immer dasselbe. Aber, ich stelle gerade fest, ich spiele jetzt auf jeden Fall noch das Level hier zu Ende. Wenn ich es hinkriege, ist gerade ein Geisterhaus, ich mag das nicht. Und, ähm... Naja, wenn ja, dann freuen wir uns. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Wir wissen ja eigentlich, dass ihr unsere Videos mögt. Und, zumindest die, die bis jetzt halt abonniert und kommentiert haben, ich... Boah, ich bin gerade leicht abgelegt von diesem Drecks... Geist! Birch! Und auch eure Freundinnen könnten diesem Kanal gefallen. Wir müssen auch an die Mädchen denken, hier gucken auch Mädchen zu. Ja, Black Moon Vienna, meine Liebe. Schätzelein, Schätzelein! Schätzelein. Naja, egal, auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ich spiele jetzt noch ein Level, damit ihr wirklich Spaß an der Jux habt. Und, äh, bis zum nächsten Mal, Leute. Hier halt die Luftgasse und man hört sich's. Ab hier schneide ich da eine Audiospur raus. Okay. Äh, ich bin da auch nochmal unten. Ich mach mir nochmal einen Eiskaffee. Nur mach das. Damit ich... ...e-de-de-de-de-de-de... ...e-de-de-de-de... 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 ...e-de-de-de-de-de... ...e-de-de-de-de... 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 ...nein, wir... ...ich spiel jetzt noch das Level und, äh, erst Eiscaffee holen und... ...jetzt... ...jetzt hör dir mal, wie das eigentlich ist, wenn wir so normal miteinander quatschen. Kommt auch nicht viel besseres raus als bei den Let's Plays, also... ...ja, ich hol mir einen Eiskaffee, er macht irgendeinen Driss, also so läuft das immer. Die, die, die... ...das Niveau ist immer das... ...also das... ...okay, ich sag nicht, wir sind die ganze Zeit auf so einem schlechten Niveau, aber das... ...das... ...streng genommen ist der Inhalt meist dasselbe. Das bleibt konsequent. Das bleibt konsequent, vollkommen richtig. Tschau, Leute. Tschau. Tschau. Dazu muss ich jetzt nichts sagen, Leute. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020